Wie zugesagt und zwar pünktlich wie die Maurer 15.15 Karlsruhe Dollar. Wir sind hier an den Hexensteppen. Es sollten anscheinend 400 Stück sein. Kilo Zusatzgewicht dann. Je nachdem man der Markus, der jetzt hoffentlich auch zuschaut. Noch nicht. Noch nicht. Wenn der gesund ist, wieder fit ist, dann muss er es machen. Das heißt, dann laufe ich mit Markus zusammen. Der Markus hat nämlich keine passive 25 Kilo Übergewicht, sondern aktive 25 Kilo zu viel. Laufen wir gemeinsam die Staffel 112 Kilo. So, Pulsmesser noch. Puls bitte schon bei 114. Puls 133. Nach 10% fast 140 Puls. Übergewicht fühlt sich scheiße. Hälfte Hammer. Der Pascal sagt, es sind 528 Stufen. Puls 156. Ja. Ja. Respekt. Also ich habe jetzt 112 Kilo. Es gibt Menschen, die haben 120, 130. Was macht der Puls? 159. Höchster war 161. Puls wieder auf 137. So schnell geht's. Ja. Ratz fatz. Echte 25 Kilo. 10 Kilo eine Weste. Dann haben wir die zweite Weste 10. Die dritte Wette 5. Ah, ja. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wie ist Andreas? Oh, ja. Lieber Himmel. Fuck, ey. Das ist ja schnell in der Nase. Jungs, komm mal. Zweites Mal. Wie sollst du die Studiwächter? Markus, in zwei Wochen. Wir zwei. Woolltze nem dann den auch nieun anschließen? Quindi beçü att Emergüмов das 17-20? Wie sollst du mitzn реб х Wie sollst du direktnere Musik,